Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Kalendertürchen. Wir schauen uns heute das Spiel The Shore an und ja, es soll im Lovecraft-Universum spielen. Zumindest sollen Kreaturen und so weiter wiedererkannt werden können und naja, ich habe leider gar keine Ahnung vom Lovecraft-Universum, deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht viel erkennen können. Es ist ein kleines Horrorspiel, also schauen wir mal, wie horrormäßig es denn schon direkt am Anfang wird. Ist ja nur in Angezockt, also schauen wir mal, was wir hier schon erleben werden im Angezockt. Okay, scheinbar ist eine Person namens Ellie verschwunden, vielleicht Tochter, Frau, Schwester. Weiß man noch nicht. Hier ist eine Flaschenpost. John? Sind wir John oder ist das jemand anderes? Geht das überhaupt? Also ich hätte jetzt vermutet, dass der Brief vielleicht von Ellie kommt. Tag 15 hat was von Tagebuch. Oh, so sind wir hier scheinbar gestrandet mit dem Schiff. Haben uns hier wohl auf dieser hübschen kargen Insel auf die Suche machen wollen nach Ellie. Boah, sieht schon echt cool aus, ne? Wenn man hier so guckt. Schick. Was haben wir denn da? Oh, was ein Mann braucht, um zu gehen, bevor er seine Sanität und seine Wille verliert. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Okay, dann ist Ellie vielleicht doch die Frau. Mich wundert nur, hier sehen wir einen Mann und ihr ein kleines Mädchen, würde ich sagen. Vielleicht ist die Frau auch schon vorher gestorben und jetzt haben wir vielleicht nur noch die Tochter, die wir jetzt suchen. Vielleicht sollte ich nicht gleich zu viel Mut maßen. Da hinten sehe ich schon wieder eine Flaschenpost. Und ein paar Muscheln, auch schön. Kann ich rennen? Ja, ich kann auch rennen. Zumindest ein bisschen. Wir haben uns geheizt und spüren uns zum Meer. Und zu unserer Begründung, wir kamen aus anderen Späten, die ich trage, ohne ein Trace von Zürich. Es war wie ein Gravemarkt für Späten. Unsere Kompass geht Angst, wenn wir eine Auslung auf der Auslung versuchen. Der Kapitän sagt, es ist wegen der vulkanischen Schraube. Wir denken, er ist verrückt. Es ist so, dass der Kapitän richtig war. Okay. Vulkanstaub. Also gibt es hier einen Vulkan? Ich hoffe nicht gefährlich für uns. Oh, was war das? Ich glaube nichts. Ich habe es gerade irgendwie scheppern hören. Agiro. Okay, der ist wohl auch wie gelandet. Er spricht von einem Fischermann, der in einem stranden Meer verletzt wurde. Er kam niemals zurück. Jetzt weiß ich, wo er liegt. Wenn er keine Verletzungen hier verletzt wurde. Hm. Tja. Ruhe und Frieden. Begraben tue ich ihn jetzt mal nicht. Das wird zu lange dauern im Angezockt. Okay, wer hat diese Kerzen hier aufgestellt und angezündet? Ich meine... Huch, das Feuer sieht... Das sieht so transparent aus. Als wäre das gar nicht echt. Als wäre es so ein Hologramm oder so. Dann natürlich noch ein Schussfrag und noch mehr Kerzen. Der schlafende Gott... Oh, Entschuldigung. Hier, der schlafende Gott. Ist das Cthulhu? Ich habe tatsächlich... Ich kenne keine H.P. Lovecraft-Geschichten. Aber ich habe das eine Spiel bei Gronkh als Let's Play gesehen. Gibbous. Dieses Adventure-Spiel. Und da war der schlafende Gott ja auch dabei. Ja, das ist tatsächlich meine einzige Berührung mit H.P. Lovecraft. Glaube ich. Ich habe auch ein Buch, aber ich habe es noch nie gelesen. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Eigentlich finde ich das Universum ziemlich spannend. Also man kennt ja schon so einiges Sachen wie eben Cthulhu zum Beispiel. Was? Shift? Ja, mache ich schon die ganze Zeit, aber gut. Oh. Okay. Nicht besonders hübsch. Ich hätte gerne die Glöckchen. Die finde ich ganz schick. Ist da... Und? Komm ich da auch hin? Nee, komme ich nicht. Ist sehr linear hier gehalten. Hier hängt nichts dran. Ich will natürlich zum Leuchtturm. Da geht es auch irgendwo hin. Lungenzündung. Ich lese natürlich unten den deutschen Text mit. Ich finde aber das Vorlesen hier, also der Synchronsprecher Hut ab, klingt sehr cool. Kann ich leider nichts mit tun. Und ich sage da auch nichts zu. Lungenentzündung, also. Unsere Frau ist scheinbar daran gestorben. Ellie könnte dann wirklich vielleicht noch die zurückgebliebene Tochter sein. Brrrr. Ist das ein Haifischgebiss? Er hängt sich so aus deinem Hin? Uh! Ein Toast! Nimm mit! Oder Grillkäse, ich weiß nicht genau. Geil. Kein reinkommen. Uh! Da, tatsächlich. Also das sind wahrscheinlich wir mit der Tochter, würde ich sagen. Jetzt wird es deutlicher. Auf dem anderen Foto habe ich es nicht ganz so gut erkannt. Boah! Was bist du denn? Haifischkiefer. Aber es fehlen ihm manche Zähne. Lass mich raten, muss ich Zähne finden und da einsetzen? Oder? Obwohl, was soll das bringen? Der ist nicht mit dem Mechanismus verbunden. Sieht zumindest nicht so aus. Ähm. Moment. So, so laut auf einmal. Okay, was war denn hier? Ist das da Cthulhu, der Kraken? Gott. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber auch nicht, was das da links ist und das hier in der Mitte. Wie? We lost track of time, no escape, a sacrifice. Do not enter the sea. It belongs to them. Ancient. Was? Ziv? Realisation? Keine Ahnung. Two idols are missing from the statues. Worship? It whispers. Two seeds are missing. We all saw the same dream. Who is that man? Ha, mit dem allsehenden Auge da unten. Don't kill the... was? Sieger? Die sollen die Seemöwen nicht töten, würde ich auch nie tun. Hey, speak... They speak of a figure that is roaming the stores. The lighthouse is a cursed place. Na gut, dass wir hier sind. It needs two idols, but what for? A huge pillar in the sea. Okay, das sind ganz viele Rätsel irgendwie scheinbar, die uns vielleicht noch... ...betreffen werden, die wir vielleicht noch lösen müssen. Immer mit den zwei Sitzen und Statuen und so weiter. Das ist bestimmt für H.P. Lovecraft-Fans, ist das hier bestimmt eine wahre Fundgrube an Dingen, die sie wiedererkennen. Über sowas freut man sich ja immer mega. Über so Easter Eggs. Oh, cool. Ich lege mich einfach hier rein und bleibe hier liegen. Ganz ehrlich, scheiß auf Ellie. Mhm, ja, schön. Sehr hübsch. Was hat man da auf dem Bild? Ein junger Mann? Sind das schon wieder wir? Leben wir hier eigentlich? Sind wir gar nicht hier gestrandet? Ich dachte, wir wären auch mit dem Boot gekommen, mit der Tochter. Äh, keine Augenlider. Eine kurze blaue Zunge, Haifisch-Augen. Das body structure seems very strong, sehr stark. Ähm, I tried to speak to them, but in return they... Was? So... Nüßt? And growl. Also, wir haben versucht mit ihm zu... Jemand hat versucht mit ihm zu sprechen, aber sie haben ihn zurückgeheult. Machen nur komische Geräusche, nur Trace of Language. Keine Spur von Sprache. Keine zivilisiertes Verhalten. Ambersch. Yes, they seem to understand our movements as they have seen humans before. They fish like deformities on them are... Was Crescent? They have tried several times to ambush us. Ambush? Okay. Hm. Also, sie machen quasi unsere Bewegung... Oder sie verstehen unsere Bewegung, machen es vielleicht auch nach. Bin ich ganz sicher. The only solution for us is to stay near the lighthouse. We'll study more the abominations of the deep. Ja, also weiter beobachten und am Leuchtturm bleiben. Schade, dass er nicht mehr vorliest. War so schön einfach. This artifact we found. Oh, ein Artefakt wurde gefunden. The stature looks ancient. Also, eine antike Statue. Our captain says we should take it back with us. And that it could make us rich. Wir würden es reich machen. Wir sollten es mitnehmen. David, on the other hand, believes that a false stench of evil dwells within it. Da ist irgendwas Böses drin, sagt David. What cut a rubbish. From the moment we worked here, he hasn't stopped talking about bad luck and otherworldly omens. Also, wir sind auch hier gestrandet. Und, ähm, ja, er sagt, dass das, ja, böses Glück war. Und ein Zeichen. Ein außerweltliches. I heard him talking to himself about throwing me back to the sea. I'm almost certain he's mad. He's obsessed with the disgusting leeches he found. Also, David soll verrückt geworden sein. He can stop talking about how the swarms have at least nine stomachs and more than 30 brains and at least 18 testicles. He says that quantity matters rather than quantity. We couldn't stop making jokes about it last night. After some time, he took it personally, thinking we were mocking him. He moved to the third floor of the lighthouse to continue his little experiments. Okay, da hat er vielleicht Experimente auch gemacht. Abnormal body shape. No symmetrical shape that could define a logical form. As a mythical mouse all over its body. Überall Münder und ganz viele, wie wir gerade schon gelesen haben, ganz viele Gehirne und sonst was. Cravelling and injured and seemingly forgotten. It's been 27 days since we are here and came across something that our mind still cannot comprehend. How could such a thing exist? How does God justify this act? How can he allow such monsters to roam upon his creation? My mind is terrorized a million times as I try to visualize this beast. My hand is shaking as I draw each line. It is a plague of the mind. I decided to give it a name. The monster with a thousand mouths. It may seem strange, but I heard a voice or more like whisper in my ears that shivers down my spin. Spine. Okay, ich glaube, diesem tausend Mundmonster wollen wir nicht begegnen. Also habe ich wenig Lust drauf. Cthulhu, ne? For the moment I touched that artifact was stunned by the darkness within it. A million visions of a horrific figure claimed my mind. A thousand whispers from the past and from the future to rest the core of my soul. Failed for the... Was? Failed to the ground as a glimpse of him to it. Was? Okay, kann man nicht lesen. Irgendeine komische Sprache. Lele, Cthulhu steht da. Cthulhu, Cthulhu. Ja, also David, als er das... Ich denke, es ist hier wieder David. Dass... Ja, er hat Stimmen gehört und Visionen gesehen. Bilder gesehen. Von Cthulhu. Nehmen wir mit. Hier sind noch irgendwelche Zettel, die ich leider nicht angucken kann. Okay, das Spiel ist ziemlich cool, ne? Merke ich gerade so. Ich... Okay. Ja, wir machen das, glaube ich, auf jeden Fall wieder so. Habe ich bestimmt auch in die Beschreibung geschrieben, die ich nur schreiben werde. Ich nehme es gerade vorab natürlich schon mal auf. Ähm, diesen Adventskalender. Schon mal ein paar Folgen. Und ja, ich glaube, wir werden das am Ende wieder so machen wie beim letzten Mal. Dass wir uns am Ende eins... Also mindestens eins, wenn nicht mehr Spiele aussuchen, die wir dann eins Let's Play spielen wollen. Also, ja, bis zum 24. könnt ihr schon mal überlegen. Ob ihr das hier vielleicht als Let's Play sehen wollt. Ah, da war jemand. Da war doch jemand. Habe ich noch gesehen. Und das Schiff sieht auch nicht gestrandet aus. Das sieht noch in Ordnung aus. Wir sind nicht allein. Aber das war auf jeden Fall nicht Ellie. Das war eine viel zu große Gestalt. Ich würde sagen, eine wachsende Auge. Es ist auf einmal so super laut, ne? Warte mal. Wird auch nicht wirklich viel leiser, muss man ehrlich sagen. Ich gucke erst mal hier draußen. Bock, puh, jetzt sieht man mal die ganze Insel hier. Da ist das kleine Schiff. Da hinten ist auch noch ein großes Seegel. Sehe ich von einem großen Schiff. Da waren wir. Ich würde wirklich, wirklich gerne diese Insel hier erkunden. Wirklich, wirklich gerne. Schach. Ein Stück Fet. Wo denn? Ach da, jetzt sieh's. Das sind ziemlich hässliche Schachfiguren, muss man ehrlich sagen. War irgendwie auch cool. Alles Meereswesen. Mhm. Es war nicht ein Schiff, oder ein Great White Shark. Es hat viele Legen strechelt 100 Meter, submerging seinen Körper in den Meer. Es war als ob es ein paar Schiffen von 1,000 Parasiten. In seinen Tentacel-Mouth, es spielte aus, schwarzen, schwarzen und schwarzen. Oblösen wie die Figuren. Die Momenten sie in den Meer spielten, sie schneller als ein Dolphin. Als die Schiff steigte, konnte ich gar nicht sehen, die Schiffen sehen. Das war nicht ein guter Zeichen. Ich sollte die Talismäne auf dem Boden des Lichthauses finden, um die Gelegenheiten, die wir gemacht haben. Die Frage ist natürlich... Die Musik wird ja mal lauter. Was ist denn hier los? Das sind Wale jetzt, ne? Das ist, glaube ich, der Walgesang hier gerade. Oh, ähm, ja, gut. Entschuldigung. Die Musik war auf einmal so laut, ich musste erst mal da rein. Ähm, ja, da war das Kragenviech. In the distance Errungenschaft. Und ich habe natürlich nicht hingeguckt. Oh Gott, das ist immer mein Glück bei Horrorspielen. Ich schaffe es immer in die falsche Richtung zu gucken. Naja. Gut, wenn wir es als Let's Play spielen sollten, fangen wir eh nochmal von vorne an. Interessant. Fragt sich wirklich, wie lang ist das Ganze her? Seit wann sind die Leute hier weg? Die Menschen, die Leute in der Arbeit. Die Leute, die Leute nicht zufrieden. Sie dürfen mich nicht zu schreiben, ihre Leute. Sie sind alle Fischernfragen mit schraubigen Klauen und schlauchern. Ihre Bearden, die Alkohol und Späte kommen, wenn sie sprechen. Ich möchte noch vier Stunden bleiben, um die Probleme zu machen, um die Probleme zu machen, um diese Handcrafted-Konstruktion zu machen. Ich habe keine Gefühle über diese Reise. Es hat sicherlich gemacht die Leben mehr Interessante seitdem. Nicht zu erwähnen, die Sicht von hier oben. All die Gefühle, Schmerz und Schmerz der Menschheit fliehen in die Linie, wo die See und die Skye collide. Ein Konstrukt, das hier? Dieses Konstrukt, oder? Okay, wir haben hier irgendwas gedreht. Ah, das Licht haben wir bewegt. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Wir haben es angemacht, ne? Könnte das Viech dann nochmal kommen? Ich würde es echt gerne nochmal ordentlich sehen. Ärgert mich gerade ein bisschen. Ich habe immer so ein Glück. Das war schon damals bei vier. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kann keine gewöhnliche Figurin sein. Die Details sind von jedem Winkel zu betrachten. Meiner Ansicht nach war der Künstler hinter diesem Werk auch selbst davon erstaunt. Ganz schön hässlich. Würde ich mir jetzt nicht ins Bad hängen oder so. Oder irgendwo hin in die Wohnung. Okay. Das war der Leuchtturm. Ich möchte noch ein bisschen gucken. Ich bin noch nicht ganz durch hier mit dem angezockt, glaube ich. Ich will noch mehr sehen. Ich weiß nicht, ob ich da oben jetzt irgendwas noch übersehen habe. Außer das große, riesige Monster im Hintergrund. Warte mal. Achso, ne. Gehen wir mal raus. Also das hier. Da wo... Nenne ich daran. An diesen Dingern. Hier haben sie also die Talismane befestigt. Um sich zu schützen. Hier war doch hier. Ist ein Weg. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hier geht es lang und dort geht es lang. Wartet mal. Ist das nur irgendeine kleine Einbindung? Ich guck mal kurz hier. Vielleicht kommen wir da auch dahin. Guck mal hier. Verbindet sich das? Vielleicht. Bleh. Talismane. Also ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, ob solche hässliche Talismane einen schützen. Also vielleicht von normalen Menschen, die denken, öh, welcher Spinner lebt denn da? Und hängt sowas auf? Huch. Okay. Ähm. 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 Äh. importedyn. tasks donor. Ja, zum Urlaub machen. Auf jeden Fall. Fünf Sterne, mindestens. Ich werde die Bilder hier nochmal genau angucken. Das ist ja süß hier. Hier, voll eklig, das Fischviech. Aber hier, der kleine Drache. Das ist auch so süß. Weint der? So vertraurig, dass Kragenviech hier weint. Ach Mensch. Warum ist der denn so traurig? Okay, ich gehe lieber weiter. Soll ich hier wirklich? Kann ich da... Oh Gott. Warum reißen die denn die Minder so weit auf? Moment. Gucken alle das an. Jetzt sehe ich es auch. Ja, auch? Ja? Okay, gut. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelangt? Ah! Okay. Es bewegt sich nicht. Okay. Das wird wohl das erste Rätsel sein. Nimm mich an. Wir sind einfach hierher teleportiert worden. Ein wenig weiter weg von der Insel. Ich weiß ja nicht, ob man dieser Stimme trauen sollte und tun sollte, was die einem sagt, ehrlich gesagt. Ja. Die lassen sich bewegen. Hört das auch wieder auf? Achso, die müssen sich bewegen. Okay. Sie hören, glaube ich, nicht wieder auf. Wir rennen mal etwas schneller mit Shift. Wer hat denn das hier hingebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt aufgehört hat, sich zu bewegen oder ob wir es nur nicht mehr hören. Nee, die drehen sich weiter. Okay, kein wirkliches Rätsel. Außer ich muss es vielleicht doch in der richtigen Reihenfolge machen. Wurde... Stand das hier auf dem Zettel vorhin irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Mit diesen drei... Ja, was seid ihr? Bin mir nicht sicher. Mit dem Monolithen. Also auf dieser Tafel, meine ich. Da stand ja ganz viele Sachen. Stand da was mit drei solchen Statuen hier? So, die dritte. War es das? Habe ich es richtig gemacht? Ich würde einfach mal zurückgehen. Hier scheint jetzt nicht groß was zu passieren. Also drehen tun sich alle drei. Ich will ungern ins Wasser, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Soll ich hingehen? Kann ich hin? Nein, ich kann gar nicht hingehen. Okay, wir können gar nicht ins Wasser. Da bin ich auch gerade sehr froh drüber, ehrlich gesagt. Ich kann auch hier nichts mehr mitmachen, ne? Nö. Mehr sind es nicht. Okay, wir versuchen zurückzugehen. Vielleicht säuselt uns die nette Stimme ja noch mal ins Ohr. So. Ach, kann ich jetzt... Ah, jetzt kann ich bestimmt hier drehen. Ja. Okay, jetzt haben wir es. Oh, guck mal, die vier Punkte da hinter. Oh, guck mal, die vier Punkte da sind. Moment, kommt das auf mich zu? Ich will weg. Ich will wirklich weg. Etwas, das nur eine Mutter lieben kann. Da komme ich hier wieder raus, ehrlich gesagt. Hier vielleicht? Hoffe ich. Ja. Ist es das da im Hintergrund? Oh, was? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da gerade was Gutes getan haben. Ja, da läuft es. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Also klar, für Spiel sollten wir das tun. Aber ob das gut war? Für uns und für Ellie, die wir immer noch suchen, weiß ich nicht. Ging es hier noch irgendwo hin? Nein, hier ist der Kasse. Dann würde ich jetzt doch noch mal am Leuchtturm vorbei. Müssen wir wahrscheinlich auch. Oh Gott, das ist voll spannend. Ach, voll doof. Nee, ich muss eigentlich Schluss machen. Wir sind schon gleich bei 30 Minuten. Also die Let's Play, Weihnachtskalender, Adventskalender-Folgen gehen ja auch immer etwas länger. Aber irgendwann muss natürlich auch Schluss sein. Ich lasse mich vorbei. Hier sind immer so eine Eiferwände. Ich komme da nicht durch. Muss das Viech erst irgendwo Bestimmtes... Ich habe gerade ein bisschen Angst, hätte ich da doch noch was machen sollen? Hätte ich dem Viech folgen sollen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nicht weiß, wohin, ehrlich gesagt. Was kommt hier her, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist? Vielleicht muss ich nochmal auf den Leuchtturm. Komm, ich meine, wir haben nicht mehr lang. Jetzt, was Neues anfangen, macht auch keinen Sinn. Neues Rätsel oder so. Wir gehen mal nach oben auf den Leuchtturm und gucken mal, wo es hinstabfelt. Wir gucken mal. Das interessiert mich nämlich gerade so ein bisschen. Ob das jetzt quasi etwas für uns freischalten muss. Siehst du von hier? Nee. Gerade draußen ist schon wieder Baulärm. Ganz schlimm. Da ist es. Diesmal sehen wir es auch. Müssen die alle... Müssen wir mehrere von diesen komischen Viechern wecken? Bestien, Monstern, was auch immer. Und die alle zum Leuchtturm locken? Haben wir deswegen den Leuchtturm angemacht? Damit wir die hierher locken und dann am Ende, weiß ich nicht, die schlafende Bestie wecken? Ich soll dich nicht töten. Ich versuch's gerade, aber es geht nicht. Ich weiß nicht wie. Hübsch. Ich mag Möwen. Hab ich ja jetzt leider in meinem neuen Wohnort nicht mehr. Okay, ich hab keine Ahnung, wo der hin stampft. Wo dahin. Aber scheinbar nicht hierhin. Ich dachte eigentlich, der würde hierher kommen. Hier vorne hin zum Leuchtturm. Aber nee, der scheint einen anderen Weg zu haben. Vielleicht läuft er auch einfach ziellos um die Insel herum. Okay, Leute. Dann... Ja, interessant. Also viel besser, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Hat mich jetzt schon... Hat mich jetzt schon tatsächlich gepackt. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Also, wenn ihr hiervon mehr sehen wollt, könnt ihr es jetzt auch schon in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch generell sagen, wie euch das Spiel gefällt. Natürlich gerne, immer gehört. Und ja, dann später, wenn dann die Wahl kommt zu Spielen, die wir im Adventskeller gesehen haben, die Let's Play würdig sind, die ich gerne auch spielen würde, dann könnt ihr dem hier, wenn ihr wollt, auch eure Stimme geben. Aber es kommen ja noch ganz viele andere Spiele, also wartet erstmal ab. Die Umfrage kommt dann am Ende, am 24. Also dann. Bis morgen zur Türchen Nummer 3. Bye.